Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Minecraft Staffel 4 Und ich bin jetzt hier irgendwo draußen gespawnt, ich hab keine Ahnung warum ist irgendein Bug Ja, das ist so ein Multiplayer-Bug, dass man manchmal draußen spawnt Ich komm dich grad mal holen, du bist jetzt wahrscheinlich genau über der Höhle, oder? Ja Okay Hundis Ah, ich bin jetzt über diesem, ähm, bei dem zugefrorenen See Okay, warte ich Ähm, wir haben ja grad noch schon vor der Aufnahme besprochen, dass wir irgendwann mal gesagt hatten, dass wir irgendwann mal Irgendwann einmal später noch ein Neta-Portal machen wollten, ne? Ja Haben wir, glaub ich, besprochen, irgendwann einmal, wenn wir sicher sein können, dass die bestimmt auch schon eins haben, einer von denen Und es ist ja nun mal so, Minecraft, das weiß ich auch noch vom PizMiz-Server, dass man, ähm, ja, dass die Person, die als erstes Neta-Portal baut Also, dass das erste Neta-Portal, äh, gebaut wird, dass man dort immer rauskommt Für uns bedeutet das, wenn wir da rauskommen, müssen wir da nur reingehen, dann sind wir bei ihrer Basis Wenn das klappt So, wir probieren Ja Okay, bin ich auch dafür Ich muss jetzt nur irgendwie wieder zurückfinden, weil ich hab zwei Waypoints und ich kann die nicht gescheit lesen Ah, ja Ich bin an einem Berg Was bin ich denn? Achso, das ist Spawn, der eine Und ich dachte, du bist jetzt genau über der Höhle Hast du noch alle Sachen im Inventar? Ja Okay Also, sehr, sehr seltsam, aber ich glaub, ein Waypoint fehlt mir Ja, das ist wahrscheinlich, weil du jetzt ständig so wieder disconnected bist vor der Aufnahme wegen deiner Internetverbindung Ich war nur einmal auf dem Server Ja Und da bin ich dann wieder absichtlich runtergegangen Nee, da ist doch dein Internet, da bist du... Nein, nein, ich bin von alleine runtergegangen Okay Seltsam, ich hab jetzt nur noch drei Waypoints Gut, okay Und das eine ist nur zur Zwischenbasis Okay, das ist seltsam Ähm, bist du bei der Wüste? Äh, nee, ich bin jetzt relativ nah am Spawn Ich bin jetzt... Was? Ja Ich bin über eine zugefrorene See gelaufen Vom... Ach, da hinten ist ein Waypoint Ah, jetzt hab ich wieder ein Waypoint, so 400 Meter Sind es zur Basis? Okay Na gut, ähm, weißt du, wo wir das Obsidian haben? Äh... Nein Nein Eine Kiste müsste das sein Na gut, dann kann ich ja schon mal das Neta-Portal bauen Wir haben nämlich schon vor der Aufnahme abgemacht, dass wir das dahin bauen, wo die Höhle war Den Waypoint zur Höhle hast du bestimmt auch noch, oder? Ähm, muss ich jetzt mal gucken Okay Oh, das ist nicht die Höhle Oh, ich glaub, meine Waypoints haben sich auch so ein bisschen verschoben Ja, das glaub ich auch Ja, das ist das gleiche wie bei mir letztes Mal Mhm Sehr mysteriös und seltsam Boah, da steht ein Creeper Ich hau ab Ich lass nicht auf eine Konfrontation ankommen, das wär ein bisschen blöd Okay, ich glaub jetzt grad nehm ich, glaub ich, in eine falsche Richtung Ja, und weißt du, was wir wieder vergessen haben? Was? Beta Enchantik-Morot Ah, stimmt genau Okay, wir haben acht Obsidian, wie viel braucht man für das Neta-Portal? Äh, eins, zwei, drei, vier, 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 vier Zehn, glaub ich Ja, super, dann kann ich ja grad nochmal Obsidian-Fahren gehen Oder? Ah, ich bin jetzt in der Wüste Out So So, und ich geh mal ein bisschen kurz weiter von Mikrofon weg, weil ich bin ein bisschen erkältet Ich glaub ich, nein, nein, ich bin nicht da Tora Ach, ich find scheiße, dass man nicht so gut stumm schalten kann hier, wenn man so ein Großmembraner hat Weil Ein USB-Großmembraner Ein USB-Großmembraner, ja Ja, weil es gibt ja irgendwie, also die Studium-Mikrofone, die Großmembraner, die eben Mischpult und sowas Ja, also könntest man schnell um den Mischpult abzeigen Ah, ich bin wieder da Wo sind denn all unsere Wassereimer? Keine Ahnung Wo sind die? Komisch Ah, ja Ähm Weil ich brauch doch noch einen Wassereimer für da unten Das kann doch nicht sein, dass die alle weg sind Ich komme heim Okay Vermute ich Kann man das nicht zugebaut hier Ja, ich hab's ein bisschen mehr zugebaut Ja So Also ich geh jetzt grad nach unten zum Lavasee, obwohl ich glaub hier war noch irgendwo anders einer, der war ein bisschen weiter oben, oder? Ähm, äh, frag's den Falschen Okay Okay, ich bin wieder da Was haben wir hier auch? Wir haben Eisen im Ofen und ich hau noch ein bisschen was rein Da haben wir noch mehr Da haben wir nix Was haben wir da? Da haben wir Gold Jetzt haben wir schon 54 Eisen Aber super, sonst glaube ich, ist gut Ich such grad, ob wir sonst noch irgendwo Eisen haben, aber ich glaub nicht Doch, da, 6 Eisen, 60 Eisen Okay Und noch 16 im Ofen So, jetzt Obsidiane bauen, sehr interessant Ja, übel Ja, allerdings Bei mir kann man hören, wie spät es ist Ach, wenn da jetzt einer klickst du, oder? Ja, 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 kürcht um Ja Und ich bin nochmal kurz, äh, AFK sozusagen Obwohl die auch da sind, weil die sind noch weit Ja, die läuft bei mir noch weiter, aber ich hab nix gehört So Jetzt sollte es mir ein bisschen besser gehen So, wir haben jetzt, ähm, wieder Zuckerrohr Wir sollten mal ein bisschen Kisten sortieren oder sowas Ja, sollten wir Also ich mach das nicht Ich auch nicht Kannst du machen Ja, ich hab doch schon zuerst gesagt, ich mach das nicht Ja, dann mach du das doch Ja, wir sollten uns eine Putzfrau engagieren Das sagen wir So Und wir sollten nun so viele Sachen haben, dass wir keine Putzfrau brauchen Und alles selbst organisieren können Hm Nein So Ich lege uns grad nochmal vier Obsidian zu, da haben wir auch sicher genug Ja Hast du die Diamant-Spitztacke mitgenommen? Ja, klar Ah, Obsidian weißt du Ja Kann man nur mit Diamanten abbauen Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß Bescheid Ja So ein paar Tracks weiter Ach, da bist du ja Moin Hallo Ich muss die Musik nochmal ein bisschen leiser machen Ich glaub, die Die Tür will mich verarschen Ja, ich mach die Musik diesmal einfach mal aus Irgendwie klappt das nicht Du stehst im Boden Ja, ich weiß So Jetzt haben wir vier Obsidianen Wir können grad wieder Kopf zu höre Ganz erst zweimal in einer Minute Äh, was? Neu Die Kirche bimmelt grad schon wieder Obwohl sie grad eben schon mal gebimmelt hat Genauso lang Tja, die ist wohl kaputt Ja Ich muss nur durch den Schwerdebrief schreiben Wo bist du? Ach, da Hier Gehen wir grad nach oben wieder Ja, wir sollten Oh, hier ist Eisen Das nehm ich doch grad mal mit Die Zeiren So Ah, ich hab zwei Eisen Hier ist noch mehr eigentlich Über den Haben wir das eigentlich auch nicht Ich komm nicht weiter Ja Warum haben wir eigentlich nicht das hier von hier unten geholt Als wir welches brauchten Äh, weil wir Verdammt intelligent sind Und Das unter unserem Niveau gewesen wäre Ja, glaub ich ja Ja, das Daran wird's gelegen sein Gelegen haben Ja, okay Soll ich bin doch mal kurz aufkamer Und entferne mich weit vom Mikrofon Wenn das so weitergeht, spiele ich heute allein Weil Ja, man hört's trotzdem Weil Es ist blöd Nien Charakteristik ist nichts Ist nicht zu gebrauchen Okay Ich bin schon im Gang und gehe grad nach oben Dann können wir echt jetzt mal langsam bei der Hülle das machen Ja Also hier ist noch Ja, ja Ich finde den Ausgang Okay Gut Ich suche noch ein bisschen Eisen Ja Okay Und das Flugzeug kann ich dann auch erst grad noch mal fertig machen oder weiterbauen oben Ja Und dann können wir auch ein bisschen Ähm, welches brauchst du denn eigentlich? Wuch Weiß ich noch nicht Ähm, ich Nimm den Zweisitzer Ich glaub, da gibt's gar keinen bei dem älteren Mod Recht Ich glaub schon Ich glaub schon Sag mal, sagte Johnny eigentlich nicht, dass es das für 1.2.5 nicht gibt? Was? Doch, das gibt's Ja, warum haben die da 1.1 genommen? Ich weiß es nicht Ihr habt ja gesagt, das gibt's nicht Ja, Johnny hat das gesagt Also ich seh hier keinen Zweisitzer Ich erkenne Doch, ich hab ähm Das ist so ein braunes Flugzeug Das hab ich nämlich im Singleplayer Das allererste Oder das Boah, da fragst du den falschen Das ist eben so Ähm Braun Braun Da sind ziemlich viele Flugzeuge Braun Ja, ähm, das ist Hast du's nicht auf der Website? Ich bin grad auf der Website Ja Und sehe rechts die Flugzeuge, die man sich machen kann Da gibt's solche mit Holz Und diesen Dieser Turbine Und mit Redstone Und mit Wie viel Holz haben die? Ähm Was brauchst du? Also welche sind denn aus Holz? Ja, keine Ahnung Ähm Wie viele? Ziemlich viele Moment, ich Äh, hast du's Eis in die Kiste gegeben Oder mitgenommen? Ja, ich hab's in die Kiste getan, oder? Ja Oh, ha Okay, das ist einiges Gut Dann müsste ich jetzt grad mal gucken Darf ich dir mal grad den Freedlink schicken? In Skype Oder Äh Kannst du machen Kannst du's vielleicht sehen Weil ich erkenne da jetzt nicht Welches welches ist Okay, ich guck mal Äh Ba-bam Meinst du B-Plane? Oder Fokker Oder Ich glaub das ist B-Plane, oder? Nee To-Z-Tab-B-Plane Okay, ich hab's Und ich hoffe jetzt mal Dass mein Internet nicht abschmiert Ich hab's Ich hab's To-Z-Tab-Plane B-Plane B-Plane Ja, gut So, wo sind jetzt die Flugzeugteile? Die hab ich doch ja auch in die Kiste gegeben Ach Gott sei Dank muss ich nicht wirklich ins Internet Weil sonst wär wahrscheinlich meine Leitung hier abgekackt Ja Weil immer wenn wir aufnehmen Kackt mein Internet ab Sonst nie Okay So, ich brauch nämlich dieses Teilchen Dazu brauch ich Äh Ja Okay Eisen Eisen Wir brauchen Räder, ne? Aus Leder Räder aus Leder Ja, viel Leder brauchen wir auch nicht mehr so Warte, ich sortier mal ein bisschen das Leder Alles in eine Kiste Hatten wir nicht mal mehr Leder? Ah, doch da Ich sitze Oder weiß ich gar nicht Jetzt ist das Leder in der obersten Kiste Okay So Okay Dann geht's zusammen So So Und davon 54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ich glaub ich bastel meine Startbahn Ich mach die so ein bisschen ebener Da Wo wir gesagt haben, wo wir starten können Bei der Wüste oder da hinten, oder? Äh, rechts von uns Ja Okay, bin ich auch dafür Oh Die lassen sich nicht stapeln Oh, es ist dunkel draußen Oh man, ich brauch unbedingt hier Ordnung Wir brauchen Ordnung in den Kisten Und zwar sowas von unbedingt Da packt Achso, der packt nicht Der wird nur weiß und dunkel Äh, draußen ist dunkel Ja, okay Was hältst du davon? Ja, keine Ahnung Kannst du ja Schwarzpulver sammeln Oder? Das bekommst du doch hin, oder? Äh, vielleicht 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 auch nicht Ich hab ein Diamantschwert und Rüstung Ich denk mal, das pack ich Wenn der Server nicht auf hart eingestellt ist oder sowas Ist auf easy eingestellt Ja, gut, ich spiel gern auf easy Ja, das konnte ich mir schon irgendwie denken Easy ist voll easy Ja Ach, die kann man doch stapeln, die Teile Seltsam Okay, vier Ich brauch, wie viel noch mal? Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs, sieben, acht Äh, Mist Ich brauch noch zwei Flint Ja, okay Okay, hier ist sehr viel Gras Oh, ich glaub, das ist eigentlich schon lang genug Ich baue hier mal so ein bisschen was ab Um die zu verlängern Aber ich glaub eigentlich schon fast, das ist genug Das wird's wohl sein Ja Boah, ich hab schon gedacht, weil du nicht geantwortet hast Dass meine Internetleitung hier abgekackt ist Achso, ja Weil zuerst kackt Skype ab Dann kommt Teamspeak und dann Dann werde ich Funkslauber geschmissen Ja So, jetzt muss ich Oh Gott, was ist denn das für ein Teil? Das ist doch nicht etwa ein Block of Iron, oder? Was? Ich glaub, das ist ein Block of... Scheiße Äh, für diese Turbine Ich glaub, wir brauchen dann Block of Iron Ich hab das... Ich dachte nämlich immer, das ist ein Sandstück Aber das ist wohl doch ein Block of Iron Naja, Block of Iron kann man ja wenigstens wieder zurück machen Wenn es das doch nicht ist So Okay, ich glaub, das reicht jetzt mal Ja, doch, Block of Iron Okay, wir haben noch 43 Eisen übrig Das geht ja noch, oder? Oh, geht So, und wenn ich jetzt die Turbine hab, dann brauche ich noch So einen normalen Propellding-Frosthalter Ich hab's so gehasst in 1.1, dass wenn man auf Gras was bauen will, dass das... Schrecklich Ja Und leider spielen wir jetzt auf 1.1 Stimmt, ja, das ist, äh, ja Naja Das behindert voll beim Bauen Ja, allerdings So, wir kommen unserem Traum dem Flugzeug immer näher Jetzt brauche ich noch... Was brauche ich denn noch alles? So, wie ich das hasse, so rundstückstrollen So, das haben wir zweimal Das auch Und was... Oh Gott, was ist das für ein Teil? Ein Dings Ein Dings da Das ist so ein Ding Genau Das brauchen wir nämlich auch noch Das ist ein... Ein Wooden-Cockpit Achso, dazu brauchen wir... Oh, scheiße Aber ich glaub, die Startbahn ist lang genug Ja Zombie Zwei Räder und... Ich muss noch zwei Räder und zwei Boote machen Mehr nicht Ah, cool, das kriegen wir ja hin Das bekommen wir auf jeden Fall hin Haben wir genug Holz? Ja, wir haben noch 17 Rohholz in der Kiste Ja, 17 haben wir noch Okay So, ist das hier unübersichtlich in diesem Feed? So Zwei Räder noch Und so, 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 so Oh, so Arschbombe! Und zwei Boote Wir gehen Boote nochmal So, glaub ich So, und jetzt kommt's ans Finishing Und dann werden wir gleich das Flugzeug haben Ah, nee, wie ging das... Ah, wie ging das an? So, nochmal Jetzt brauche ich noch diese Kabine Ich muss mal kurz was kommen Das Cockpit In meinen Settings Ah, gut Ich hab grad befürchtet Weil ich hab, ähm Die letzten... Die letzte Session Risen Ähm, mit meiner Stimme extern aufgezeichnet Ja Und jetzt hab ich das wieder bei Fraps umgestellt Und ich hab Den Verdacht gehabt Dass es vielleicht meine Stimme nicht aufzeichnet Aber es tut Das wär schrecklich Ja Wo hast denn du eigentlich Diesen Crafting-Table So, und jetzt kommt's ans Finishing Jetzt werde ich das Flugzeug craften Weil die Varianten Ach, da, also Wohoo Was ist?